Jetzt kommen teilweise so Maps, die hatten wir bei Gronkhs aber noch gar nicht gesehen. Alter, cool! Was hast du gerade Gronkh gesagt? Digga Gronkh raus aus unserem Projekt. Ich hab Sponk gesagt, Alter. Bonk. Hier mal die Tomaten aus den Ohren. Oder aus den Augen. Heftet mir Bastian so ein Ballern, Alter. So ein kleiner Asi. Hat's Bastian gut gemacht. Ich wollte dafür sorgen, dass du dich meiner Zombie-Armee anschließend hast. Meine Zombie-Armee! Achso, ich wusste nicht, dass ich dann... Wenn du das nächste Mal Traitor bist, mach bitte nochmal bei mir. Dann sag ich auch nichts. Aber ich wusste nicht, dass ich dann Zombie wäre. Der Deal ist... Wenn du andere damit schlägst, werden die auch so Zombie sind. Warte mal, die kommen mir so bekannt vor. Wenn du das nächste Mal Traitor bist, bitte mach das bei mir. Ja, wenn man als Zombie wird und die Innocent damit schlägt, dann wenn die halt auch infiziert. Wie gesagt, der nächste Traitor darf das bei mir gerne machen. Ich sag auch zu 100% nicht. Egal wer das ist. Ja, das sag ich auch immer. Aber ich hab vergessen, dass die Leute vertrauen mir. Ja, aber... Ich hab du... So ein Lager aus. So gesagt, weil ich nicht wusste, was das ist. Bastian seht sich die ganze Zeit schon danach, aber irgendwie passiert da nichts. Ah ja, Leute. Hallo. Willkommen zurück. Ja, Bastian, wir zwei wissen es jetzt gegenseitig. Dann können wir gucken. Ich bin ja eh die ganze Zeit Traitor. Wie heißt das Ding? Sag mir schnell, wie das Ding heißt. Alter, die Map ist ganz schön. Biohazard Ball heißt das. Okay. Und muss ich das werfen oder riecht ihr so eigentlich ran? Du musst das werfen auf mich und du musst treffen. Weil wenn du daneben wirfst, ist das weg. Das ist aber auch Selbstessen mit Rechtsklick. Uh. Oh, Klassizimmer oder was? Schuhe. Dann fress dich selbst und dann schlag ich dich, oder? Voll gemütlich hier. Was? Nein. Dann fress dich selbst und schlag dich dann, weil ich kann nicht treffen. Oh. Ja, wenn du dich selbst fressst, wirst du ja selbst zum Zombie. Dementsprechend musst du mich dann schlagen. Kann der Traitor kurz mich schnell da rummachen? Ja, dann geht es ja. Oh, Raki läuft da sehr zielfremdlich auf mich zu. Aber das Vertrauen in Selbstfressen ist nicht das Beste, was du machen kannst. Ne, Marco? Ne, Marco? Sehr, sehr zielfremdlich läuft der auf mich. Ach, scheiße. Buraki hat auf mich geschossen. Verdammt. Was? Okay, Buraki ist es. Wer weiß, ob man da Sniper's geht, sich töte den. Äh, ähm. Sag mal, Kalle scheint, dass die Map etwas groß ist. Der Klügere geht nach. Was, was ist denn jetzt los bei euch? Also, Marco ist weggeraufen. Der lebt noch. Marco? Guck. Alter, wie groß ist die fucking Map? Shadows? Wo soll ich die? Ich schnall mal ab, wenn ich ihn sehe, ne? Ach, übrigens, ähm, David, du kannst ja aufs Klo gehen, ne? Die Klo sind offen. Echt? Echt? Ja, und die sind überall offen. Du kannst überall aufs Klo gehen. Geil! Shadows? Bist du noch am Leben? Die Map ist gigantisch, die Map, alter. Der ist weggelaufen bei mir. Robert ist bei mir. Ich bin da sowas von tot. Wir schießen auf jeden Fall ab, wenn ich ihn sehe. Wer ist denn das da drin? Au! Wo ist Shadows? Wo ist Shadows? Entweder Buraki ist es. Robert ist auch bei mir. Oder Shadows tut nur so. Warum schneit's hier? Warum schneit's hier? Ja, da war ich auch gerade. Der schneit? Ja, in so ne Kühlraum. Also, Kühlschrank, hast du was erklärt, sehr gut. Alter, hier ist alles. Kühlschrank, Swimmingpool. Was ist los hier? Ey, hier ist ne Dusche. Alter, ich glaub, die Map ist aber ein bisschen zu big, oder? Ja, das sind aber relativ viele später. Also, wer kann ich jetzt sein? Marco oder David? Also, da Marco jetzt einfach abgehauen ist und nichts mehr sagt. Ja, das ist sehr... Oder du bist es, weil du ihn getötet hast. Marco ist... Ja, wo ist er? Was? Warum? Äh... Alter... Ähm... Usher, willst du mich verarschen? Ich hab ihn nur abgeschossen, weil ihr's gesagt habt. Usher, willst du mich verarschen? Ihr habt's gesagt, es ist ein Marco. Ja, aber ehrlich gesagt, er hat's verdient, wenn er nichts sagt. Ja, okay, ja, das stimmt. Und der hat in der Ecke... Aber das... Perfekte Möglichkeit, ne? Gewesen eigentlich. Bastian? Bastian? Ey, jetzt sagt der auch nichts, oder was? Bastian macht sowieso mal Selbstmord. Ja, aber wie kann man hier bei der Map Selbstmord machen, bitte? Er findet immer einen Weg. Er findet immer einen Weg. Also, das nächste, bei Bastian zu ständig auch abknallen. Ihr wart jetzt die ganze Zeit zusammen, oder was? Hm, wer? Wer? Wer hatte, was geht? Na, wer hatte, wieso bist du wirklich gehört? Äh, weil nicht Marco ein Mann geschossen hat. Ja, ich hab den Shot gar nicht, könnte ich jetzt sowas von wegballern. Ja, ich doch auch, aber ich mach's nicht, weil... Was, die sagt nix mehr und ich hab jemand dummgebracht. Ja. Also, was jetzt definitiv tot, der hat mir eine Nachricht geschickt, dass du mal was das ist. Was? Was? Ey, das hab ich nicht, du Wichser, ich hab im Arsch geschrieben, Mann. Was? Moment mal. Du bist tot, du darfst nicht reden. Aber es ist da eben. Das war jetzt auch nur so gesagt, dass hier ist Robert. Ja, ich bin hier. Draußen beim Stein. Das hab ich jetzt so gesagt, um Roberts Reaktion zu testen, Mann. Also, einer von euch beiden muss es aber sein. Weil, liegt mal, Bastian. Äh. Ja gut, jetzt war zu dritt. Robert, hör auf, um mich zu zielen. Sag's dir. Also, ganz ehrlich, wenn Beate innocent ist, dann kannst du malern. Nein, nein, ich vertraue... Alter, Busaki, was machst du denn hier, ey? Also, ich bin innocent, Kollegen. Weil der Trader hat noch genug Zeit, um weiter sein Psychospiel hier zu machen. Ja, ich hab hier Marco getötet, weil du's gesagt hast. Dass Marco nichts sagen hättest, ich bin Trader. Ja, das war ja auch verdient, wenn er von mir einfach wegläuft und mich als Trader darstellen will. Echt mal, was soll das? Der kann's aber... Ähm. Ihhh, Alter. Oh, Alter. Ich hab' dich gar nicht angeschossen. Ich lass an der Ecke. Komm, Beate, ich hab' dir zuge-, ich hab' den zugeh-, nein, also... Ich hab' zum Kopf nein gemacht und du schießt mich trotzdem ab. Ich wollte doch mal pranken, der ist vorbei. Ey, das war aber voll mies von dem Burak, ey. Ja, bei mir auch. Geht bissle, hab 58 FPS. Ich werde zurückgeportet. Vielleicht wegen der Drachebombe. Also David, Robert war Traitor und hat mich mittig in die Luft gejagt. Sag ich doch! Ja, aber mich töten lassen wollen, ey. Ja, wenn du... Hallo? Hä? Du hast mich angeschossen. Nur nicht getroffen. Und das fand ich sehr verdächtig. Okay, wer fiel Lügen, lord. Wollte dich noch mal machen? Scheiss, länge zu mir weg. Warum? Da kackt der Server ab. Hä, der kackt auch gar nicht mehr ab. Ist auch welche Lügel... 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 Basti... Ich seh dich! Aber das bin nicht, dass der so lange aufladen muss, ey. Jajajajaja, ich benutze ja nur, weil der witzig ist. Rechts ist Bastion, ich glaub David raus. Ernsthaft? Ich bin zweimal hintereinander, nicht tritt. Das Spiel ist verpackt. Das Spiel ist verpackt. Die Klos sind vollgepisst. Er ist echt eklig, ey. Alter, was willst du mit deiner scheiß Blume? Ich töte ihn, wenn er die Blume in mein Gesicht drückt. Hat er gerade gemacht, dann töte ich ihn auch. Ich mit der Crow... Alter, ich muss mir Schein gemacht mit dir. Blume! Los, Crowbar Battle, Crowbar Battle! Los, los, los! Wo seid ihr? Ich will auch Spaß haben. Man wird's, Alter. Ich glaub, dass du lieb bist. Töte dich, töte dich lieber. Crowbar Battle, Crowbar Battle, Crowbar Battle! Warte mal, wenn die alle liebt... Ich muss mal kurz weg, ja? So wie in der Schule damals. Bis dann, tschüss. Bis morgen. Robert... Warum hast du den Wacken weggeschmissen, Marco? Ja, das war jetzt bei dir. Nein, da hebst du dich doch auf. Was? Oh, fuck. Ernsthaft, schon wieder. Hey. Stopp jetzt, ja? Ey, das ist so behindert, ey. Ich hasse das Spiel. Ja, es lag übelst wie Sau über mir. Jetzt weiß ich nicht, wer es ist, ey. Ich glaub, Buraki, aber... Äh, Buraki, Buraki! Ich töte dich, Mann. Du kommst aus einem Raum mit zwei Leichen, sag mal. Hä? Ich hab nur einen Zug von hinten gesehen. In dem Raum, wo du bist, waren zwei Leichen, ja? Ja, und der Zug kam von hinten. Das hast du auch mal gesagt, da kam ein Zug. Ach, so benutzt man Leitern. Oh, cool. Ich hab gerade herausgefunden, wie man eine Leiter benutzt. Wie denn? Mit R, äh, mit E. Aktionstaste von der... Da geht automatisch die Leiter runter. Was für ein Schrott. Weiß ich. Buraki, ey. Er steht da... Ah, Buraki ist es. Buraki hat ein Laser auf mich geschossen. Nein, das war kein Laser. Buraki... Nicht schießen, Buraki ist es. Er hat gerade ein Laser auf mich geschossen. Ich schwöre. Sag Walla. Sag Walla. 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 Ah, jetzt glaub ich dir. Da! Da ist er noch! Hä? Okay, das ist für die Scheißrunde. Echt, ey. Wie kann ich bloß in den Raum reingehen? Wie kann ich bloß in den Raum reingehen, wo du alle Leute umgebracht hast? Hä? Ja, was habe ich ziemlich lange gehofft, als ich gecheckt hast? Bist du Tracer? Du hast ne Waffe weggeworfen. Ich werde einfach nur ne Snipe auf meine Shotgun weg. Scheiß M16 auch nur. Ah, außerhalb der Map mit dir. Ah, so schön, ey. Sorry Markus. Ich kann doch... Cool. Ich brauche nur Shotguns. Deshalb werde ich immer meine Waffen weg. Ja, ich hab nur ne Scheiß M16. Ich hab ne Waffe. Alter, das war dann sehr schön. Das war die High-Quality-Bastelnstimme. Echt mal. Ja, ne? Cafeteria! Geil! Ist hier so ne Ocean im Hintergrund? Burgers, Hotdogs, Pizza, Hamburger, 3,50. Alter, 3,50, das ist zu teuer. Cheeseburger, 4 Dollar. Cheeseburger, etwas größer, 5 Dollar. Chickenburger, Alter. Und warum zum Fick klettert man mit, äh... Mit was nochmal? YOLO! Er... Er... Hat grad irgendjemand... Ich glaub Robert hat irgendjemand getötet. Oder wurde getötet. Irgendwas von beidem. Er hat einfach YOLO gesagt, also... Nee... Ja, aber dann kam viele... Nee, der hat nix gemacht, der hat nix gemacht, Mann. Das kam auf jeden Fall immer wieder Schusskampf. Hat nix gemacht. Bist du dir sicher? Wo... wo... Ja. Achso, Beate ist tot. Ja, das geht ja. Achso... Entschuldigung, Alter. Was heißt jetzt hier YOLO? Wow, er hat da jetzt einfach so ein Werte gekillt, oder was? Ja, schein! Irgendjemand hat geschossen. Alter! Oh! Sorry, Usha! Da ist die Drecksackblase. Macht ihr mit ner Leiche irgendwas? Wie art ist Leiche? Alter, mein Scheißer... Mach ich hier den Biologie-Unterricht? Äh, ja. Ja. Sehr gut, ich bin nämlich euer heutiger Lehrer. Hey, wer schießt denn? Hier ist Biologie-Unterricht! Oh geil, ich will mitmachen! Sie kommen rein, oder sie hören auf uns zu... Ja, ich setz dich hier hin, dann mach mal deinen Biologie-Unterricht. So. Also... Würden Sie sich... Also... Herr... Herr Drecksackblase... Aber zu meiner Verteidigung, Usha, du warst die ganze Zeit in der Ecke und hast nichts gemacht. Können Sie bitte ruhig, ich versuche hier gerade meinen Biologie-Unterricht zu machen! Das war schon sehr verdächtig. Ich heiße euch herzlich willkommen, Schüler. Hallo Herr Drecksackblase, hallo Herr Buraki, der in der... Tür steht. Ja, ich brauche Frischluft. Achso, ist Ihnen etwas übel? Ein bisschen. Was? Der Pflichter so... Kriegt dein gleich Herzinfarkt, alter! Ey, ich erzähl mal noch, ja, ich kann es nicht gewesen sein. Also, heute bringe ich ihn bei wie viele Geschlechter es gibt. Ja, wie viele Geschlechter gibt es denn, Herr Buraki? Drachenlord. 255. 255. Fast richtig, 256 seit gestern. Gestern kam ein neues dazu und zwar das neue Geschlecht des... Das kam jetzt neue dazu. Das müssen Sie sich merken für den Test, ne? Alle beide, merken. Ja, ich notiere es mir hier. Sehr gut, sehr gut. Gut, haben Sie denn irgendwelche Fragen an mich als Ihr Biologie-Lehrer? Ja. Was denn? Ähm, was für ein Geschlecht hat diese Person da auf dem Tisch? Das würde ich auch gerne wissen! Oh, das ist... Uff, uff... Uuuuh... Uuhuh... Ich würde sagen... Ich weiß es! Ich weiß es! Ich weiß es! Oh, was sagen Sie? Hä? Geschlecht infragestellend. Ja, das ist ja nicht schlecht. Ist eigentlich Herr Robert noch am Leben, der verpasst mich jetzt nicht direkt. Ja... Ja dann würden Sie da mal bitte... Ich such' grad die Klasse, ich hab' mich verlaufen. Junge, du musst doch das Radar einsetzen. Du bist doch eh Traitor, komm hier in den Biologienunterricht. Ich bin nicht Traitor. Und ich bin Adolf Hitler. Da, hier. So, wer hat Unterricht? So, das hier ist das Unterricht. Hey, das war mein Unterricht für... Apropos viele Traitern, ne? Das war die Ehe, äh... Ey, setz dich für den coolen Kids nach hinten. Komm, hier. Ne, ich hau ab. Tschüss, ich schwänze die Schule. Keine Lust mehr. Ey, erst weiter, er kriegt eine 6 Junge. Ja, der gegen ist auch nicht. Lassen dich bitte hier raus. Ich glaub, der sich schießt direkt in Zug, oder so'n Scheiß rein. Na, ich bin Türsteher. Ja, ich bin der Lehrer. Bastian, was jetzt? Haben sie denn wenigstens aus meinem Unterricht was mitgenommen? Es gibt sehr viele Geschlechter auf der Welt. Jetzt gibt's noch uns beide, Bastian. Jeder wartet jetzt auf so'n Schuss. Das muss... also ich kann nur... ich weiß halt nur, dass Robert... ich glaub halt, das war Spaß, aber... Ja, das war Spaß. Oder erzähl mal die Geschichte, was ist passiert? Okay, ah Junge. Stell dich an die Tafel. Nein, nein, geh weg, geh weg. Stell dich an die Tafel. Ich bleib hier hinten und du stellst dich an die Tafel. Wie will ich... ich hab ne Schrotflinke. Warte, warte. Ich will auch, ich will auch, ich will auch. Ich hab die Tür gehört. Bin ich hier eingespärrt? Okay, ich dachte schon, es war grad zu ruhig. Alter, jetzt... Ich will da vorne, ich will da vorne. Da hängt was. Nach das Usher. Die Streber gehen nach vorne. Könnten Sie bitte den Lehrer hineinlassen, Herr Buraki? Hä? Hinter Ihnen. Achso, er geht durch. Wer hat denn da wieder irgendwelche... Wer hat denn da eine Leiche an die Tafel gehängt? Oh mein Gott. Das ist jedes Mal das neue. Das hier ist unsere heutige Thematik. Und zwar der Zweite Weltkrieg und Adolf Hitler. Was wissen Sie über Adolf Hitler? Können Sie bitte auch von vor meiner Klasse herum zu spionieren? Machen Sie die Tür zu. Pass lieber auf das Wort, nicht gleich seine scheiß Thomas in unsere Richtung ballert. Wissen Sie was? Ich bin der Lehrer und es ist mir inzwischen egal. Es ist mir wirklich egal. Ich habe hier das Sagen. Was willst du da? Ich muss sie loben. Du auch bei mir. Dass sie die ganze Zeit dem Unterricht folgen, während die anderen hier scheiße bauen. Muss ich sie loben. Ganz ehrlich. Das da vorne ist Merkens. Okay. Shadows ist das. Nein. Er hat gerade Justin gekillt. Buraki. Justin? Äh. Bastian. Darf ich das so verstehen? Du tötest Beate und bist nicht Traitor. Ja, wenn er jetzt Bastian getötet hat, dann ist er Traitor. Achso. Ich wollte doch nur ne Eins. Du bist tot. Er hat ne falsche Antwort genannt im Unterricht. Also. So, ich hab den Lehrer getötet, jetzt kriegt ne Eins. Boah, was hab ich denn? Da hat so eine scheiß T4 hier. Was hab ich denn? Usher. Es tut mir vom Herzen leid, aber du sahst so verdächtig aus, weil du in der Ecke standest und nichts gemacht hast. Die Runde war scheiße, weil ich keinen Thomas mehr kaufen wollte. Hätte ich den kaufen können, wird ja schon alles tot gewesen. Es sah so verdächtig aus. Ohne Scheiß. Aber es tut mir vom Herzen leid. Wo soll ich denn wissen, dass Hitler nicht mit Merkel mehr warst? Hier. Ey, 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 ey. Hier. Drecksackblase. Willst du die Geschichte sehen? Wie es war mit Usher? Nein. Oh ja, komm. Er stand genau hier in der Ecke. Und hat nichts gemacht. Und ich stand über ihr. Und deswegen hab ich den dann getötet. Traitor. Ah, jetzt weißt du, was das bedeutet, oder? Was? Ey, willst du mich schlagen, oder was? Kann man ja Out of Map eigentlich? Wen darf ich töten von euch sein? Was? Wer? Hast du Schaden bekommen? Alle laufen auf Dächern rum. Alle laufen auf Dächern rum. Runter mit Glück. Ich hab Freischandruhe bekommen. Oh, ihr seid zu schlecht. Ja, wow, wie Nubi. Der rennt ein. Buuuu. Alter, weil ich es kann. Buuuu. Kriegt man Fallschaden? Ah, wieder, wieder. Heute eine neue Klasse. Nein, nein, ich hasse dich. Warum denn? Aber unser heutiges Thema ist schon wieder das. Jetzt weißt du es doch vielleicht. Nein, du hast mir ja nicht gesagt, mit dem wer wirklich verwandt ist. Weißt du mit wem? Mit mir. Robert. 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 Robert hat eine Lokomotive geworfen. Aber gut, Robert verteidigt sich nicht mal zu der Tatsache. Nein. Sehr gut. Nein. Sehr gut. So einfach geht das. Wenn wir auf dem Dach so perfekt ein Zombieball in die Fresse werfen können, ne? Ja, Bastian, bist du nicht Traitor? Du willst mich Zombie machen? Wie? Was? Das war jetzt die erste Runde? Das war die erste Runde. Okay, gut. Ja, eine machen wir noch und das war's. Ja, aber da waren wir die ganze Zeit zusammen. Da hätte ich ja so einen Ball geworfen, dann wäre ich tot gewesen. Hier ist SeriousCraft. Das ist Minecraft. Nein, kein Minecraft, Alter. Nein? Please not. Pokémon! Pokémon! Ich bin für... Schnell, schnapp sie! Wir alle! Ohhhh. Neeeeee, drei Stimmen für Ball. Hallo, Sam King! Kleiner Fratz. Atlantis. Das ist auch ne ziemlich krasse Map, da gibt's auch wieder Stargate. Oh Gott, nein, ey. Apropos Stargate, ich hasse die Serie, ne? Deswegen kenn ich mich dauernd nicht aus. Du hast alle Science Fiction-Serien. Ja, weil das doch scheiße ist. Genau so wie Star Wars. Was laberst du nicht alle? Ja, Star Wars mag ich auch noch nie. Wobei ich hab's nie gesehen, also... Keine Ahnung. Aber mag's auch nicht so. So oft wie das im Fernsehen lief? Ja, mich interessiert's halt einfach nicht. Ja, ich mag's Science Fiction-Kram. Ne, ich hab nichts gegen Science... Ja, so leichter Science Fiction Einflüsse find ich cool. Aber so komplett Science Fiction... Katze! Yes! Jetzt hier wieder nur... Schon wieder nur die M16er, wie das Gefühl, ey. Alter, wie siehst du denn aus? Alter, das ist von Fallout. Komm at me, Bro. Das hat was von Fallout. Hi! Das ist ja doch von Fallout. Streichle meine Katze, Bastian! Streichle meine Katze! Au. Ja, du bist aber süß, du bist aber süß. Das war ein Fehler gerade. Wow, hab ich auch so'n geilen Skin bei euch? Ja, die sehen alle anders aus. Ja, die sehen alle anders aus. Oh, geil! Cola, Cola! Coca-Cola! World 101! Guck mal hier! Hier, Jagadak! 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 Hard work and happy work. Hard work is happy work. Ey, wieso kann ich den nicht nehmen? Oh, ist ja... Kann man die Musik anmachen? Kann mich jetzt mal jemand mit nem Biowall abwerfen? Frag Bastian. Das ist seine Aufgabe. Bastian. Wenn du traitor wirst. Ey, ich... Ey, das ist völlig geile Fahrstuhlmusik hier! Oder ist es neben mir und dann schlag mich? Ist auch okay. Ja, ich geh jetzt offline. Oh, nein! Was? Ist doch nicht behindert. Echt, Mann. Guck aufm Boden, dann siehst du, was ich dazu sag. Äh, es sind nur noch vier Karten. Genau, es sind nur noch vier Runden. Was? 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 Was ich davon halt? Was? Das ist tatsächlich ne Dings-Map. Oh, das war knapp! Das war echt knapp! Today is a goat! Also, ich glaub, Drecksacklase ist keiner. Denn der gibt's mit. Wen kann ich alles... Wen kann ich vertrauen? Mir und Drecksacklase. Wir geben uns gegenseitig kein Biowall. Okay! Das ist ja in die Charta dafür. Das ist jemand gestorben. Ja, also, ich bin bei Drecksacklase. Er war's nicht, ich war's nicht. Buraki? Buraki? Buraki hat rrrrrr gemacht! Und... Ich hab... Drecksacklase! Drecksacklase ist, glaub ich, runtergefallen. Ich hab nen Todessound gehört und es hat sich sehr nach Drecksacklase angehört. Wer ist da? Robert, hallo! Junge, verpiss dich. Ich vertraue dir. Ich dir aber nicht. Wer hat die Spiel umgebracht? Ich glaub, dass es Beate ist. Geh weg! Geh weg! Geh einfach weg von hier! Was willst du? Er schießt dich gleich ab! Ja, dann mach das! Alter, ich bin nicht mal wieder fucking näher, weil ich bin's, oder was? Alter, tschüss! Alter! Was denn? Wenn du jetzt nicht weg gehst, ich töte dich! Ja, dann töte mich! Kannst du mal bitte weg gehen, ey? Was ist los? Nein! Wie penetrant kann ein Mensch sein, ey? Ich liebe dich! Nicht dich, aber... Ja, aber das ist mir egal! Hier ist ne pinke Cola, cool! Ah! Oh Gott! Ich vertraue dir nicht! Ich hab dich geliebt! Und der macht einen Double Kill, weil ihr die ganze Zeit so rumschmusen seid! Ja, weil Robert mich noch nicht angeschlossen hat! Wait to me! Wait to me! Was? Könnt ihr mal alle aufhören, mich anzuschulen, ey? Ja, Robert Paye? Bastian, bist du mir hinterher gelaufen? Bastian ist runtergefallen! Ja, ich hab gesehen, da ist so ein Loch, dann dachte ich, okay, wenn ich jetzt runter springe, sterbe, dann bin ich runter gesprungen! Ja, genau so wie ich! Da stirbt man, wenn man runterfällt! Ich bin für den Arsch! Achso, du bist auch runtergefallen? Oh cool! Ja, ich bin zuerst runtergefallen und du hast jetzt mir offensichtlich gefolgt! Achso! Ja, ich bin einfach hinterher gesprungen! Wow! Der ist schon wieder, ey! Das passiert, wenn du diese scheiße Maps nicht kennt, ey! Hallihallihalli! Aber wenigstens hab ich jetzt auch mal ne Runde gewinnt! Ja, pfff, weil zwei Leute selbst machen, das ist auch keine Kunst! Ja, guck mal, jetzt rennt er mir! Ja, guck mal, jetzt bist du hier drin! Ja, wohl kann ich ja nichts! Dafür kriegst du ne Smokegranate, Alter! Geh weg! Die Smokegranate würde dich töten! Warte nur ab! Hard work! Was denn? Hehehe! Ich wollte eigentlich zum Reaktor hingehen, weil das irgendwie so unheimlich klingt, aber... Oh, mein Haar ist in meiner Fresse! Hey! Seht ich hier nicht auf? Oh! Buh! Lange dein Arsch nicht wieder schwitzt! Wie oft seh ich dich eigentlich? Du rennst nie noch hinterher! Hey! Mich hat jemand angeschossen! Boah, die Maps hat ziemlich grau! Willst du mich verarschen? Ja, irgendjemand hab ich mit einer Schrotflinte angeschossen! Ja, dann Usher! Und du aus meiner Nähe! Alter ist unheimlich hier! Usher ist nämlich da stehen geblieben! Ich hab dich gesehen, Usher! Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Du schieb den an und ich bin jetzt auf einmal, oder was? Ja, du bist ja lustig! Außerdem hab ich ne MG, du Mude! Ja, ja! Genau! Waffe kann man auch wechseln! Ja, ja! Das ist ne Mischung aus Schreibmaschinen und PC! Na, Robert! 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 Na, Robert hat nicht angeschaut! Auf jeden Fall! Es geht, Robert! Es geht! Normalerweise sagst du immer, dass ich gehen soll! Warum sagst du jetzt nichts? Okay, Robert! Ja, Robert hat dir auch was zu tun! Ja, dann töte mich! Los, komm! Gib mir Headshot! Robert hat dir auch was zu tun, Markus zu töten! Ja, sonst wollst du mir auch was zu tun, Markus zu töten! Es sei denn, du versprichst mir, dass du nichts sagst, wenn ich dich töte! Und dass du mir nicht sauer bist! Dann töd ich dich! Ja, du musst da raus! Hey! Bitte geh raus! Bitte geh raus! Bitte geh raus! Ja, bitte geh! Ich sage bitte geh raus! Ey, da dir ist übrigens jemand! Huust, huust! Nein! Nein! Nein, 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 nein! Also, Robert ist gerade noch näher von mir gewesen, falls ich jetzt sterben sollte. Ja, aber Telltran, guck mal, der hat sich gerade angeschossen und wollte auf mitschieben! Ja, ja, ja. Wo ist jemand da war! Auch schon wenn ich dich sehe, ich töte dich! Aha! Siehste? Siehste! Ja, ich töte dich! Ohne Scheiß wenn ich dich sehe! Ja, einer von euch zwei ist es gewesen! Ich töte dich! Ich habe Robert auf jeden Fall gesehen, aber ich kann es halt nicht beweisen! auf mich geschoben hast und ich weiß es auch nicht geschoben du hast als erstes gesagt ist was ja weil du die treppe runtergegangen ist passiert ist alter also hat ich rot aber ich bin einfach töten das macht doch ein kranker kranker drecksack war sie hat sich okay er noch ist er nicht er ist er gemacht was habe ich kommt ja ist die granate die brandgranate in seiner hand gezündet und jeder mit schlangen macht und sich selbst fast hingebracht die disco alter mir passt ja das ist so ein mob alter die map ist voll groß keine ahnung robert beate ja hallo 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 also nicht getroffen anscheinend oder habt ihr es ausgesprochen ich finde nur hallo 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 ha Hast du Schwurzschaden bekommen? Nein. Na, Grippelord. Wer ist da hinter mir? Und Robert. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Also, Robert ist hier runtergegangen, ist ein Belüftungsschacht da. Aber da geh ich nicht hin. Warum? Ich auch nicht. Ich hab keinen Fallschaden bekommen. Das sind Leitern unsichtbarer. Und? Warum bleibt da keiner drinnen, wo's weggeht? Alter, diese Anzüge, die sehen so schlecht aus. Einfach, weil diese Beine so dünn sind. Und die Arme. Voll dünn irgendwie ist. Voll kacke aus. Warum seh ich eigentlich hier die ganze Leute? Oh, da hinten ist Robert. Ja, der Link sah schon wieder so richtig. Oh, oh, ja. Ich bin's nicht so lieb. Ey! Ja, mach mal hinten. Aber ich glaube, er hat mich nicht getroffen. Ja klar hab ich dich nicht getroffen. Oh nein. Ey, Beate. David, gib bitte weg. Ey, Beate. Nein. Was? Nein. Jetzt kommst du nicht mehr raus, Beate. Kommst du nicht mehr raus. Alter, dir ist ein Schalter. Drück dir das mal. Doch, ich liebe dich. Oh, ja klar. Hä? Hä? Ich bin dein Paar. Ey, kannst du aber auch drücken. Ey, kannst du aber auch drücken. Lass mal gleichzeitig machen. Du links, ich mach den rechts. Ach, schnitt. Ist der wieder nach oben gegangen, der Schalter? Ich tanze mit dir. Ja. Ach so. Eins, zwei, jetzt. Tö, 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 tö. Hä? Oh Gott. Also meiner ist oben. Meiner ist unten. Mach hoch. Ich schenke dir was. Einen geilen Gaming-Sessel. Ah, dann. Äh, was bringt das jetzt? Die X-Racer. Oh, Alter. Wenn du damit Schaden machst, dann mach ich dir. Mach das hoch. Mach das auch. Mach das Schaden? Ja, wenn du damit theoretisch. Ja, das kann einen Schaden machen. Wie? Hä? Wenn man es einem in die fressen. Doch, klar. Jetzt sind sie wieder unten. Meistens nicht viel, aber man kann damit sogar nicht. Mach du mal. Nimm du mal. Versuch mal. Mit Holsterred, ne? Ja, aber da müssen die doch eigentlich noch. Ne. Doch mit diesem komischen Magneto-Stick. Ach, Magneto-Stick heißt der. Und Rechtsklick. Rechtsklick. Und dann einfach auf mich draufschwingen. Ja, Harte. Ja. Du hast nicht mehr so viel Zeit. Töte mich mal. Töte mich mal. Hallo, geh weg. Ich brauch mein Karma noch. Tut mir leid. Ich mag dich. Ahaha. Ne, da sind die zwei wieder. Einer von denen ist Traitor. Ist Bastian schon tot? Hä, kann das sein? Ja, Bastian ist glaube ich. Ich glaube, der hat sich bestimmt durch seine eigene Feuer gehabt. Und dann sagt der Depp. Hahaha. Der Depp. Tritt's trocken. Kaffeemaschine. Ey Robert, willst du mir nicht nochmal Kaffee machen? Ne. Hast du nicht verdient. Außer denen hab ich ne Nest Kaffee. Nein, soll Chivo. Aber ich hab ne Nest Kaffee. Marco ist tot übrigens. Nein, hä, hallo. So. Hahaha. Marco ist tot, hä. Hallo, ich bin nur noch hier. Du redest nur noch aufhörlich darum. Ne, ich bin grad einfach verwirrt. Okay, Bastian. Keine Ahnung, wo der lag. Also der Traitor hat wirklich gleich keine Zeit mehr, ne? Also könnte ich mal da mal ein bisschen ranhalten. Ranhalten? Warum bist du eigentlich überall wo ich bin? Oh, hier schöne Betten, ey. Schau mal, wo bist du? Hier war ich die ganze Zeit mit Robert drin. Das ist mein Büro. Schau dir aus, hier sind Betten, ey. Warum bist du gehört, David? Weil ich Sturzschaden bekommen hab. Also, wo muss ich hin? Hier sind Betten für uns. Ey Beate, geh mal weg hier. Ich weiß nicht wo. Ich weiß nicht wo. Weil, und Grippelore zielt aus auf mich. Ich zieh in die Mitte von euch beiden, ja? Ah, ja so. Ich find's ja schön, dass die Map so groß ist. Weil, jetzt gibt's gleich Probleme für jemanden. Ja, ja. Für mich nicht, ich bin hier nur. Na, Marco? Alter, ich hab dir vertraut. Mann, ich kann nicht schlecht zielen. What? Du warst das nicht. Warum schießt du auf mich? Bist du geistig zurückgeblieben? WTF? Oh Mann, wo geht's denn hier lang? Du musst Zeit dazu machen, wenn man jemanden tötet. Ey, ich hab dir vertraut, Junge. Ich hab dich ja auch nicht getötet. Hab ich dich getötet? Ja, aber du hast mich verarscht. Du musst Zeit hinzufügen, wenn der Schritt ist. Das ist kacke. Wenn du auch sieben Minuten brauchst, bist du jetzt in Aktion drin? Ja, weil wir die ganze Zeit zusammen waren. Richtig nah zusammen. Was wir nicht machen sollen, wenn wir die ganze Zeit so nah zusammen sind. Tanz für mich. Tanz für mich. Erst als dann Beate endlich weg ist, konnte ich irgendwas machen. Ey, wer hat doch die ganze Zeit bei mir? Ja, dann ist aber... Ja, genau deshalb konnte ich ja nichts machen. Ja. So, ich bin weg, ne? Was? Nice. Ja, ich hab schon 38 Minuten länger gemacht, als geplant, ja? Aber du hast gesagt, dass du Donnerstag länger kannst. Ja, wahrscheinlich. Ich kann ja auch länger. 38 Minuten kann ich genau länger. Toll, jetzt ist doch raus. Ja, aber du hast eigentlich keinen Bock auf uns. Wir runden sind noch eine, oder? Ja, das ist die letzte hier. Ja, dann machen wir zwei. War noch mal nix geschrieben, oder so? Äh, bei Skype kam höchstens... Na, Robert, bist du leerer hier, oder was? Bitte, was? Alter, auf! Oder warst du grad in deinem Traitor-Shop? Nee! Ich hab grad rechts auf mein Bildschirm geguckt, wie das aussieht. Wenn ihr zusammen warst, hat Beate mich angeschossen. Und hab da voll abgedance. Du kannst auch nur so tun, als ob du angeschossen wurdest. Ja, genau, ehrlich. Soweit du mich siehst, siehst du aber mein Leben. Ja, wer hat ja auch selber abgefackelt. Ja, genau. Vaki verfolgt mich. Die Tür kannst du übrigens nicht öffnen. Nur als Traitor? Da steht oft drauf. Auf der Tür rechts. Ich glaub Marco hat ein bisschen abgeschüttet. Gibt zwei Scheiter, die man vielleicht umlegen kann. Und deshalb hab ich auch 68 Leben von... Mistack. Hab ich jetzt noch 68 Leben von denen ich mich groß bin. Hier gibt's zwei Scheiter, die man umlegen kann. Ich mach's mal. Ich vertraue dir nicht. Ich vertraue niemandem. Ja, ja, ja. Ich hab dir nichts getan. Ja, genau. Jetzt kurz mal gucken, ob er gleich die Tür auf ist. Willst du euch sagen, es war jemand anders von den zwei? Die sind zusammen zu mir gekommen und haben mich da angeschossen. Sand King isst mich auf. Womm, 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 womm. Ja, Beate, geh mal weg hier. Komm mal. Ich müsste meiner Weiß nicht damit es auch anschießen, aber tu ich es nicht. Also... Okay, dies macht's gut. Oh, diese scheiß Granate da hat. Wiii! Blub, 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 blub. Robert? Hm? Oh, da hab ich grad wen gesehen. Du musst aufpassen. Marco tut einfach Leute ein bisschen... Willst du mich verarschen? Du hast mich fucking angeschossen. Hier, guck dir mein Leben an, Borati. Hallo, hinter dir. Und dann darf ich dich jetzt töten? Nein! Du hast Beate töten, for fuck sake! Usha ist genau hinter mir. Okay, er geht weg. Also, Usha kann ruhig Robert töten, weil ich bin gerade alleine hier. Ne, Robert gar nicht töten. Hä? Ich hab ne Figur aufgenommen. Oh geil. Gönn dir. Ja, gib den Fallout. Von Fallout diese Figur hab ich aufgenommen. Ist so ein Wackelpupp im Kopf. Ja, genau. Du bist ein viel besserer Mensch. Ja, ich fühl mich auch schon gleich viel. You became special. Basti? Äh, Hitler. Boah. Boah, Alter Beate. Ich weiß, was ich nicht verstehe. Du bist doch hier. Redest doch mir jetzt noch mitspielen können, die zwei Runden. Na, Beate. Na, Beate. Na, Beate. Nein, ich mach grad was nebenbei. Na, Beate. Ich will keine Zuhörer, dass Beate mich anschließt, ne? Da. Kein... Ganz ehrlich. Aber wirklich nur... Von... Wie vielen Runden sind wir nur zwei Mal, war ich Traitor, oder was? Hä? Hä? Warum ist der Blut? Wie hat der? Usher? Ja? Usher? Was? Ich hab niemanden getötet, hä? Da war Blut, Alter. Ohne Sitz, ey. Ja, mein Blut! Von dir! Guck mal, Beate. Du kannst die Munition erzeugen, wenn du hier E drückst. Hä? Äh? Alter, du mit dein scheiß Disco! Jetzt bin ich weg, ne? Tschüss! Ja, tschüss! 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 Wusstest du Tschüss? Tschüss! Tschüss! Das ist eindeutig Trader Passwort! Führer! Maddle Leute, Servus und Herzlich Willkommen beim Yolord! Yololord! Ne, Yolovw! Ey, echt, wir sind so Krankenbetten, dass er hat mich über sein Marco in seinen Krankenhaus besucht. Hallo! Super Bote! Jo, Beate! Jo, Beate spiebe! Dorf unconscious! Beate! Ich werde mich kurz genug, weißt du, du kommst zu mir, weißt du? Ge weg! Ja, so wie bei GTA damals! Haste mal ein Magneten! sollte sie man auch immer nach vorne blicken mehrmals und endlich von den Scheißteilen? Oh, ich lege! Wieso? Das ist doch bestimmt eine Traitor-Waffe, dass du endlich Granaten hast Nicht für wer's Ich bin ja Indocent Ja, ich habe einen Grobat, so, mach kill, töte mich mal, mach hin Ey, du hast mir auch nicht so schürzen Ich bin Indo, Alter! Ey, wie kannst du denn da fliegen? Ey, ich bin Gott I believe I can fly Ich hab das Sturzschaden bekommen I believe I can touch the sky Wenn everybody da 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 Also ist es Robert, okay? Fällig Robert töten Na, Grippelord Pack mal wieder eine Scheiß Traitor-Waffe aus, los Okay Hallo, du musst die Traitor-Waffe sterben Sterben? Sterb doch jetzt Das sind die Tesla-Generatoren? Also ich glaub, es könnte wirklich Robert sein Weil Robert klappt zu wenig Ich bin's nicht Aber wir reden doch, hallo Außerdem war ich grad ganz nett hinter Shadows Hinterher Okay, Burraki ist tot Warum? Achso Ne, weil du grad so oft gehörtest Ist das ein Traitor-Tester? Das sieht übel nach Traitor-Tester aus Weiß ich nicht, das hat sich geöffnet jedenfalls Geh da mal rein, vielleicht ist das ein Traitor-Tester Nein, 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 das ist ne Traitor-Falle Ja, los Los, wo ist hier die Traitor-Falle bitte? Ja, du, ja klar, du aktivierst Ja, da, siehst du, da passiert nichts Ja, aber ein bisschen Angst darf man ja wohl haben, oder? Robert ist Traitor, der will uns finden Ja, ich fühl mich so, nein Mir wäre es lieber, wenn er mich ficken würde Das ist ja auch, das ist ja irgendwie ein Tesla-Spur in diese Teil, die hier aus Spuren Ja, ja, die werden mit Strom, genau Ich kenne nur eine Menge von TZT, da muss man Gold sammeln oder so'n Scheiß Gold? Ja, Gold Ja, Gold Weißt du, was übelst geil ist, Marco? Guck mal, stell dir mal vor, du bist hier drin, ne? Ernst Sag mal Warum kann ich nicht aimen? Ich Aber ich wurde fucking angeschossen von Beate, jetzt kannst du es auch zugeben Wer ist das denn? Natürlich, du hast mich angeschossen von Beate Ich bin's, Mann Ich hab, ich hab nicht gemacht, tut mir leid Also mich hat irgendjemand angeschossen Wer hat eine optische Einbildung bereit Ich laufe hier rum für so ne Gurke und finde nichts, ey Vielleicht hält er auch ne Fremsverdate Nein, es kam ein Schrotflintenschuss Und dann Hab ich schon anbekommen Warum schießt du auf mich? Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung Ey, Alter, du hast echt, äh, ne Ich dachte, ich würde Wenn du den Hürden weggeworfen, weggeworfen oder so Entschuldigung, ey Hast du gerade den Zug, den an dir vorbeigefahren ist? Was? Was für'n Zug? Ich dachte, du hast doch noch vorbeigefahren Really? Ohne Witz jetzt Marco, wo bist du? Hier Habt ihr kein Radar Ja wohl Wo? Wie funktioniert die Waffe? Danke Weil er das siebte Mal hat dann an der Trader Hallo Wie kann das was Trader sein? Ja, Marco, es war kein Spaß mehr Trader zu sein Hey Ich will Innocence sein Ich will Scheiße machen können Aber das Trader musst du immer so ernst spielen Und suchen zu gewinnen Als Innocence kannst du Wenn ich jetzt wieder Traitor werde, dann hasse ich mein Leben Dann ritze ich mich Oh BEEN Ja, es macht doch total Spaß immer nur Innocence zu sein Machst du mit Cam? eine gesunde Mischung wäre halt das Beste, aber will TTT anscheinend. Shadows, machst du mit Cam? Nein, ich habe keine Cam. Nein, ich meine das Ritzen. Achso, ja klar, ich schneide es dann als Video rein. Ja, na endlich. Kann ich Kacke machen. Kann ich Robert in den Fuß schießen. Willst du wirklich die süße Katze hier opfern? Ich bin kein Tierfreund, Robert, und dein Kopf ist sehr nah mein Gesicht. Nö, ich tue nur so. Ich glaube, es ist Robert die ganze Zeit. Falls ich tot bin, ist es Robert. Beate? Ich gib die ganze Zeit mir die Schuld. Beate ist Traitor, okay. Ja, wir zwei können es nicht gewesen sein, aber alle anderen. Okay, T-Shirt Buddies auf ewig. Küsschen aufs Nusschen. What? Küsschen aufs Nusschen. Doch, 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 gib ihm! Scheiße, lauf, lauf, lauf! Gibt's denn nirgendwo ne Schrotflitte? Gibt's denn nirgendwo ne Schrotflitte? Gut, Leute, das war's für diese Session. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Supergeil, die ganze Zeit Traitor. Wir hatten teilweise Spaß. Hast du auch keinen Bock gemacht? Nee, überhaupt nicht. Also, es ging besser auf jeden Fall. Scream noch nicht da war, ey, der Assi. Echt mal, ey, Report. Hat er einfach noch gesagt, ich höre ich gucken. Slender Version 2 noch einmal angucken. Nee, nein. Also, ich sag nur medall heute Tüß. Ich war irgendwie auch nur mehr Toting als am Leben irgendwie. Was? Der Grippellord left the game. Alter, schäm dich. Ja, medall, alter. Schäm dich. Schäm dich ins Knie, Junge. Also, ich finde ich... Spielen wir jetzt mal ohne den Traitor. Echt mal. Ja, ich fand ich war zu selten Traitor, sorry. Selten? Oh, ey, das sieht doch mal geil aus. Ja, ich sag doch, das ist die gute Slendermap. Oh, alter. Oh, ey, ey, oh, ey. Nur zu schade, dass Marco die jetzt nicht sieht. Echt mal. Guck da, guck das Let's Play, Marco, von uns. Dann siehst du's. Nee, will ich nicht sehen, Alter. Doch, man. Ich zieh mich sogar aus so gut. Oh, Alter, dann, dann guck ich's an. Ach, Bert ist auch nicht mehr da. Hab doch gesagt, wir wollten auf, äh, hier. Wir wollen uns nur kurz die Map angucken. Ist hier der Slender eigentlich? Äh, ne, ich glaub der ist auf der Map nicht, ne. Okay. Okay. Wär geil, wenn Traitor falle so ist. Aber die ist relativ weitläufig, glaub ich, die Map. Ja. Oh, die Musik so richtig so mit so... Ja, es gibt so ein atmosphärisches Geräusch. Katze. Obwohl das teilweise hier ein bisschen an SCP. SCP-Containment-Reaktor. Ach, ich dachte, du hattest einen anderen Skinner, sah es doch aus grad. Warte mal, guck mal hier. Schenk ich dir. Oh, schön, toll. Na, was denn? Genau. Vor allem immer nur dieselben Waffen wurden benutzt. Immer nur Bumerang und Thomas, Alter. Nicht mal die neuen Waffen wurden benutzt. Ich find den Thomas wirklich... Ich find den Thomas bisschen OP, Alter. Jetzt for real. Ja, der ist schon... Also der ist schon stark. Der ist schon stark. Der ist schon stark. Ja, der kann halt schon... Der kann zwei Institution. Ja, du, für enge Räume, Alter. Ja, der geht aber über die ganze Map. Guck... Zum Beispiel da auf... Auf der ersten Map, als ich in den Fahrstuhl geschossen hab. Ich hab die ja nicht mal gesehen. Und trotzdem ist Thomas hingekommen. Das ist irgendwie... Oh. Oder wo Ding... Bastian dich auf der anderen Seite des Arkes oder so getötet hat. Bäh, ist das ekel. Das ist geil, ne? Alter, hier krieg ich richtig Panik. Das ist voll geil. Bist du auch bei dir alles dumm? Undo hat in Skype was geschrieben vor Ewigkeiten zu entdecken. Wo kommt der nicht einfach rein? Boah, dieses Trommeln, ne? Das macht mich wahnsinnig. So, ich bin erst da weg. Holy moly, Alter. Miau! User disconnected from your channel. Oha. Ah, wer ist da gegangen? Als Child ist da gegangen. Tschüss, bitte. So, Leute. Das war die Slendermap. Die neue. Die bessere. Ja, und ich war viel zu sein. Oh, nein. Die B. Was ist das? Schaut bei mir vorbei. Weiß? Und jetzt treff ich mit dem Scheißding auch noch. Also, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Nette Leute. Haut rein. Ciao. Tschüss.